hallo und herzlich willkommen zurück hier auf dem kanal qualex und heute zu einer ls20 mod vorstellung und zwar wettkampf modus ganze gibt findet ihr auf fs-mods.de link dazu unten in der video beschreibung es ist vom cosplay dev team und tn 4799 41 gb groß ist es nur für pc und mac weil es ein skript ist dauernd host ist auf der mod-hub somit findest du das ganze nicht auch in geben und zwar zeit für einen wettkampf dieser dieser mod bietet euch alles um euren eigenen wettkampf auszutragen ganz klar ein eigenes menü mit einem eigenen passwort um die regel und werte für die eigenen bedürfnisse anzupassen das passwort kann nur von einem server administrator werden im singleplayer kannst du es nur tun das ist wichtig also das kann es kein fremd oder so sondern nur wirklich was auf dem server jetzt haben wir jetzt mit jemandem drauf bist und mit mehreren kannst du wenn du das server passwort hast es ändern diese punkte können angepasst werden geld auf dem konto ohne kredit zum beispiel wie viel liter pro frucht in euren besitzt gesamtfläche die besitzt hektar und kreditieren weiter regeln haben wir hier an maß das ganze ich in die mann wir empfehlen euch für ein bühne system server für mehr fairness die tägliche einkommens begrenzung zu nutzen dass dann in zukunft geplant ist der einstellungsoption der limit des monotäglichen einkommens in das jua integrieren für mehr informationen auf github können sich vorbei schauen was bei challenge mode fs 22 hier und hier habt ihr das ganze hier könnt ihr dann auch isos das heißt hier kannst du auch fragen und zweiter alles mögliche das heißt ich hilfe vielmein und infos so dann schauen wir das ganze jetzt mal in dem an so willkommen wieder in geben und einfach es gibt das zu drücken und dann ganz unten hat man in den wettkampf modus v ist ganz einfach im single play hier einfach auf login hier ist automatisch passwort schon drin und start und du bist eingeloggt du kannst das ganze nicht auch unten auslocken bis da draußen jetzt gehen wir nicht wieder login wir können das passwort ändern was wir haben ist in meiner farm das heißt die farmen wie sie heißen auf dem server sind das dann natürlich mehrere ich habe mit gesamtpunkte anzahl das ganze und hier können wir dann wie viel punkt ganz schwer das ganze wir können das ganze hier einfach dann klicken wir hier drauf können wir hier drauf klicken zum beispiel geld ohne kredit ein euro ist gleich ein punkt oder ein euro pro punkt hier kann ich einfach drauf gehen hier unten wert ändern gehe ich einfach drauf die beim wie viel geld einen punkt entspricht die gespräche 100 ein klick auf ok habe ich hier 100 euro entspricht einen punkt da hat sich dann daneben wie viel punkte durch die farm dadurch hat das heißt ich mehrere farben habe ich sie ausführen sehen aha der hat der spiel ist der faktor ist so viel der wert so viel und das ganze nicht alles weitere solch haben hier regeln und bei regeln das finde ich ist extrem kann also da geht ein riesiges lob an die entwickler aus denn es ist einfach nur geil und zwar wir haben hier eben ein ziel das ziel können wir einfach eben hier drauf klicken auf sie und können das ganze eingeben so experiment sie einfach mal muss sehen wir haben hier das ganze auch das heißt es geht auch große zahlen wenn du also ein langes projekt lange zeiten dafür machen möchtest das ganze auch dann haben wir hier immer hier das ganze die regel prinzipiell und dann der wert maximal elf zum beispiel vier hier sagt wert ändern habe ich zum beispiel sechs habs deaktiviert 1 2 3 4 5 6 das heißt einfach auf leertaste oder hier unten im wert ändern drücken und dann ändert sich die zahl das heißt du kannst hier nichts eingeben zwei mission haben zum beispiel 2 3 4 5 6 7 8 und deaktiviert und das ganze nicht auch so es heißt es kann ich spiele auch gelde ok zum beispiel vier missionen für ding maximal gleichzeitig und kann also gemieten erlaubt oder deaktiviert nur im shop das heißt du kannst die fahrzeuge mieten nur im shop mieten das heißt du kannst du nicht für die missionen dabei kannst du es nicht mieten so muss 6 im shop mieten oder einfach generell ist es erlaubt dass ich generell eigentlich immer mache weil es eigentlich passend so kreditleben das heißt wie viel kredit man annehmen kann hier kann es ganz auch leertest und hier geht es dann einfach in 50er tausend schritte bergauf beziehungsweise immer das doppelte 200 bis 300 ok sieht man wieder das ganze aber man sieht das ganze 500.000 eine million oder deaktiviert ok kann ich es ganz ein schön viel stand limit deaktiviert 5.000 7.000 10.000 also der fisch stand limit maximal anzahl maximal anzahl zahlen der tiere also die zahlen sowas hat einnahmen davon erzielt wie viel stück man davon haben darf zum spiel kein limit oder sagst du der gespielt oder sagst ok maximal fünf oder geld verdienst der anderen künftig aus tier da sein dann haben wir tierstall nimmst ganz ganz wichtig hierbei geht es darum 1 2 was macht mit 1 2 hühner nein sondern geht es darum tierstelle das heißt du hast ein tiersteller 25 hühner einen passen und 50 hühner einen passen dann kannst du insgesamt 75 hühner haben weil das klima zu spüren hier auf zwei tierstelle bei den hühnern ist zum beispiel also das ganze ist damit gemeint heißt die tierstelle steht auch aber ist für mich war es auch am anfang was hat vielleicht auch lesen deswegen ist explizit dazu haben wir im kuh haben wir deaktiviert 1 2 und ganz an ich hier auch bei den pferden bei den schafen und bei den schweinen kannst du nicht unterschiedliche 6 oder kein limit und deaktiviert das ganze machen so missionen das wird jetzt ganz geil kuba aktiviert der akte genau du kannst du nicht anpassen okay ernten wollen wir gar nicht auf ein projekt deaktiviert so jetzt hat man keine ernte mission mehr das heißt oder wenn jemand sagt ich tue immer nur dünnen weil es ist so einfach was geht jetzt nicht mehr es musst du mehr tun das heißt das ist einfach so ein kleines bäuer auch mit das so sagen denn ist ja für dünne extrem gerne und es ist einfach extrem geld deswegen ich meine mich jetzt eigentlich selber also da kann ich einfach sagen welche mission erlaubt sind welche eben nicht das sind welche gehen welche nicht zu spiel unkoppel kämpfen das soll kein mensch tun oder transportieren neben sind im ls da bin ich transportiert bei mir zum beispiel gleich jeder alles deaktiviert aktivieren so und dann kommen wir schon mal zu einer sache weg lang und das ist das ganze was wir auch hier hatten eben was eben auf die farm bezogen beziehungsweise wo ich dann auch hier gleich anpassen kann das ganze aber hier atmen punkte einstellen das heißt wie viel stück ein punkt wert ist das heißt du kannst nicht erst okay 100 euro oder ein euro wie viel punkte das sind dann ein punkt ist ein euro oder sind das zehn auch das heißt du stellst wie viel es pro punkt ist das ganze wie viel du brauchst um ein punkt dadurch zu haben sei zum beispiel geld ohne kredit 100.000 ein punkt kann ich jetzt kurz drauf klicken sorry wert ändern und gibt hier zum spiel einfach mal 10.000 ein habe ihren 10.000 ist ein punkt manche sehen hier das ganze auch automatisch anpassen hier der wert das heißt kann es auch im nachhinein es anpassen und hier hast du ganzen punkte trotzdem das heißt du sagst okay eine million punkte gibt es haben so okay geld und kredit waren machen dann einen punkt manchmal vielleicht bei 100.000 für fertig und dann habe ich hier noch viel sehr weit luft nach oben zum beispiel das heißt kannst du einfach anpassen für fläche ok wie viel fläche sollten der haben wie vielleicht entspricht einem punkt die sagt man als eine grobe zahl wenn ich auf einen großen maps in 24 hektar zirka entfällt ok 24 hektar ein punkt was einfällt ein punkt zum beispiel ok ein gebäude verkaufswert das heißt wie viel verkaufswert das ist eine gebäude hinstellt kaufst du bei uns um 75.000 eine halle verkaufswert ist zum spiel davon dann sage ich jetzt mal 36.000 jetzt irgendeine zahlen dann sage ich ok ok dann sage ich ok ein gebäude zu 36.000 durchschnitt passt dann mache ich hier 36.000 das heißt ein gebäude habe ich einen punkt drauf natürlich wenigstens zu einer millionen auf spieler dich dann sehr miet kriegt aber ich jetzt sage ok zehn punkte und fertig wenn es ein kurzes projekt zu spülen ist dann kann ich ganz eben hier auch hoch stellen im fahrzeug fahrzeug verkaufswert ist das gleiche wie beim bäude nutze für fahrzeug ist da mache ich einfach mal machen wir einfach mal 2500 das heißt da hast du es gerne so ok hast ein fahrzeug dass wenn du es verkaufst beim shop wieder hast du kriegst dafür zu spät 2.500 auch rum hast du hier auch ein punkt so lang so dass ich das fahrzeug hast weil es der verkauft hat das was ich nicht somit hast kein punkt mehr das ist nur für die fahrzeuge hast das ist nicht der kaufwert und der verkaufswert ist dann in der punkte anzahl drin dann haben wir das lager das heißt wie viel lage du haben sollst wie viel du dann kriegst zum beispiel hier ja wenn ich jetzt besagt eier 1000 liter ist glaube ich eine schachtel das heißt eine schachtel ein punkt auf eier mehr geben mache ich das ganze so ich sage okay das ziel ist wer zu spiel am meisten gras hat warum ich hier viel mal gras habe aber wenn ich sage okay gras wir gehen hier komplett auf kraft das heißt jetzt dann 10.000 liter gras hat einen punkt und da geht man auf das heißt wenn ich riesen viel grasflächen habe und wer den meisten punkte hat kann es gut machen zum beispiel dass du mit allen anderen auch kalt alles mögliche weil sie nicht eins zu eins durchgehen keine sorge da haben wir eben da paar sachen dann komme ich aber noch zu einem beiden lager das heißt wie viel liter bahn das ist wie viel liter du von den bahn haben musst wie viel entspricht davon ein punkt wir haben wir zum beispiel sei jetzt mal einfach mal zu verströmen wert ändern gibt es 6.000 8.000 liter sind euch der standard wenn man das dort einfach mal 8.000 liter das heißt 8.000 liter ich hätte es mir einfach mal so dumm herum keine ahnung dass wir bestimmt aber 8.000 liter nehmen wir an das ist ein strohball haben wir hier in einem einlager zwei stroh dinge haben wir zwei punkte das heißt hier kann man ganz wunderbar anpassen sollte ich dann wissen wie ungefähr ja und dann komme ich hier zu den tieren das heißt es sind nicht die tier stellen sondern die tiere und da ist wie viel stück ein punkt entspricht schwirmen scharf sage ich okay schaffe okay da habe ich dann doch ein verkaufswert und sein und kriegt mehr geld okay durch dann vielleicht zehn schaffe ist in einem punkt schweinen fleiß so aber vielleicht doch nicht mache ich einfach ein stück ist gleich ein punkt zum beispiel pferde die bringen absolut nichts mache ich gleich ein stück ein punkt das heißt an dem pferd haben gegen einen punkt natürlich wenn das pferd nicht mehr da ist deswegen konnte auch immer ist dass ich dann der punkt weg ganz klar ich bin da wo mich eigentlich 1,00 ding habe ich auch nicht kommen zahlen zum beispiel eine das zu sparen halb eine halbe kur ist ein punkt das heißt pro kuh zwei punkte das ist durchaus ganz auch machen das heißt auch nach hinten das heißt das spiel ich auch 0.01 das heißt weil ich eben 0,01 liter habe ich einen punkt bei heute zum beispiel das ist gerade bei den tieren gerade vielleicht bei den hühnern wobei den hühnern wie ist der kabinat gleich zu spät dann okay also dann 0,1 stück das heißt habe ich dann zehn hühner habe ich einen punkt zum beispiel das heißt so kann ich das ganze anpassen und alles was ich hier anpassen erinnert sich auch auf die gesamtpunkt anzahl automatisch was wir eben hier noch haben haben wir eben auch punkte hinzufügen ganz einfach bekommt punkte 5 irgendwas und grund nehmen einfach mal test speichern haben wir hier das ganze spiel hinzugefügt nach rechnen spiel zeig änderungsverlauf nutzer datum punkte ok und dann habe ich hier aus infotest das heißt ja ich sehe das ganze wenn man zum beispiel punkte hin und her verschiebt und so weiter und man sagt ja was wenn du das das erste schafft wenn ich jetzt schon ins kriegst mehr punkte was dabei also finde ich extrem geil bin gehyper merkt vielleicht hier kann ich dann eben noch das ganze mal kurz auswenden weil ich habe ich das auf der seite eben hier ist nämlich der einstieg nicht nur atmen punkt einstieg gemacht aber auch in jeder logout habe ich hier die regeln das heißt hier ist keine regeln durchschauen was die regeln im hier sind aber ich kann nicht die punkte das heißt die sie nicht wie viele punkte es eigentlich bringt gehe ich auf log in damit ich atmen und dann kann ich das ganze natürlich sehen und anpassen wir können die ich das passwort auch ändern das passwort spiel 0 0 0 die 1234 sagen ok jeden logout login wenn ich jetzt dort gehe falsches passwort 0 0 ich nehme ich hin und du ist hier 1234 und sagt start und jetzt bin ich ein glück das heißt das funktioniert auch ist auf jeden fall sehr wichtig wir haben hier im ende ruf sichtbarkeit was ich jetzt auch jemand karten endet ok aber ok das war es jetzt mal so ich kann hier jeder kann im änderungsort was heißt ich benutze aquatics mein fall das datum 1410 um 245 und wie viele punkte zu spülen einfach waren das jetzt 500.000 aber ja auf jeden fall das was mit diesem video ich weiß ein längeres video aber es ist ganz geil der wettkampf modus kann ich aus jenen finden welche zettel in zuerst loswerden macht es ist extrem geil auf jeden fall ich bin raus mod natürlich unten wie beschreibung nicht vergessen aber leicht lassen auch block wieder nicht zu verpassen ich bin raus und sagt schau schau schau